hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal ja ich habe versprochen dass ich die ausgabe 55 nach reiche weil ich ja ein problem hier mit dem teil hier hatte also da ist mir ein teil abgebrochen davon und ja ich glaube das hatte ich in einer anderen lightrider ausgabe noch mal erwähnt mehrfach nur zur sicherheit quasi und mein gut weil ich hatte leider einen kleinen datenverlust denn das passende video wo ein paar arbeitsschritte fehlen ist leider weg und zwar haben wir hier schon mal den schlauch angebracht wir haben vorher die platte vernünftig angeschraubt und die beiden teile hier kann man von hinten noch so ein bisschen sehen wie das jetzt in etwa aussieht hier mit den beiden schrauben hier nochmal die schrauben sind drin so wie es in der anleitung auch stand ja und dann wollen wir mal gucken ob wir diesmal mehr erfolg haben mit dem teil hier von fanhome weil wie wir ja alle wissen lässt die qualität leider ein wenig zu wünschen wirklich in einigen teilen ich hoffe das klappt jetzt mit dem zusammenbau ich warte im übrigen aktuell wo das video entstanden ist immer noch auf das armband und das display also sieht hier aus meiner sicht schon mal ein bisschen besser aus immer noch nicht perfekt weil es auch nicht richtig rastet und dadurch dass es ebenso wackelig ist hier ja es ist ganz schnell passiert dass irgendwas abbricht also schade dass es nicht aus metall gemacht was in dem fall hätte sich das mehr denn je gelohnt das teile hier müssen wir dann auch noch verarbeiten also jetzt wisst ihr ungefähr auf welchem stand wir hier sind das ist die ausgabe 55 so jetzt gucken wir mal wie wir das dinge hier zusammenschrauben müssen mit einer bp schraube bp schraube haben wir hier oben mehr als genug das ist halt immer ärgerlich wenn man wegen sowas dann wieder ausfällt und dann auch noch datenverlust hat ob man einfach nicht mehr weiter kommt ich versuche es jetzt noch mal mit einer bp schraube sowie das in der anleitung stand ansonsten muss ich gucken ob ich vielleicht noch eine kleine andere schraube habe die ein bisschen länger als so wir sollen ja von hier unten mit der schraube rein das ist soweit ok und sollen hier das ding drauf setzen und dann einfach nur festschrauben tja ich weiß jetzt nicht ob ich es habe oder nicht aber ich befürchte nicht ja doch irgendwas muss da gegriffen haben aber so richtig lasch also das teil hier wackelt immer noch und ähm es ist nicht schön ich zeig das mal richtig beweglich und ja und da ist es schon passiert schon ist es wieder auseinander also ganz ehrlich wenn ich jetzt könnte ja würde ich jetzt einfach mal schreien ja weil mich regelrecht solche kleinigkeiten mega mäßig aufregen ja jetzt weiß ich nicht wo das andere teil hier hingeflogen ist das ist irgendwo im nirvana gelandet ja da ist es nämlich so und äh damit haben wir schon mal keinen erfolg ja ähm ja wer natürlich hat sollte besser Spacks reinhauen ja oder ähm ich weiß nicht woran es liegt aber hier irgendwie passt es vom Durchmesser her nicht na vielleicht auch nochmal ein bisschen auffräsen oder so das hatte ich ja auch schon mal gemacht dass ich das so ein bisschen mit dem Schraubendreher hier äh größer gemacht habe das Loch na wie kann man denn hieran wunderbar erkennen jetzt gerade na aber ähm ganz ehrlich normal ist so ein Ding hier nicht ja man muss schön aufsitzen normalerweise und dann brauchst du es mit der Schraube eigentlich nur noch schön ranziehen passiert aber nicht genau das passiert nicht das geht jetzt so lange das Spielchen bis wieder hier ein Teil abbricht ja ich werde jetzt mal eben äh andere Schrauben holen ja also ganz ehrlich Leute diese Karre bringt mich zur Weißglot ja bei dem was da schon für eine Scheiße gelaufen ist ja mein Lauflicht funktioniert natürlich immer noch nicht auf die Uhr lässt sich immer noch warten stattdessen kriege ich eine komplett neue Platine für äh für die Karre so wo ich genau weiß funktionieren am Ende sowieso wieder nicht ja ähm ne ne Leute dafür zahlt man ein halbem Geld ja und das geht nicht so wir nehmen einfach mal eine äh ne 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 cp schraube ne ne die hauen wir dann mal schön rein das äh geht gar nicht klar hier ne Von Langen-Heiden-Geld, das ist ein Lizenzmodell, stimmen sowieso schon etliche Details nicht. Und dann kommen die mit sowas noch an. Das ist zum Brüllen. Also mit anderen Worten, wenn ihr noch nicht so weit seid, kann ich nur empfehlen, nimmt eine schöne CP-Schraube und siehe da, es sitzt. Es zieht sich rein. Es sitzt zwar jetzt ein bisschen schief drauf, aber es sitzt. Und dann kann man im Rupfruh sein, wenn es überhaupt drauf sitzt. Das ist zum Kotzen, ist das. Ganz ehrlich. Muss ich mal eben so sagen. Sorry, Leute. Ich meine, mich freut es, wenn ein anderer schon mehr Glück haben, aber ich habe hier megamäßig Pech mit der Karre. Megamäßig. Ich ärgere mich jedes Mal über die Kohle, die ich dafür ausgebe. So, nur brichst du jetzt ab, was machst du mit der Karre? So, sie ist ja mal gerade, wenn überhaupt, zur Hälfte fertig. Und funktioniert am Ende sowieso nicht. Und es genauso gut auch in den Schrott schieben oder was. Ich weiß es nicht. Also für mich, aus meiner Sicht, ist es gern Schrott, ja. So. Und dann haben wir hier dieses schwarze Teil jetzt hier. 155. Und sollen das auch wieder mit einer BP-Schraube. Ich habe meine anderen Schrauben jetzt nicht ganz so weit weggestellt. Auf jeden Fall sollen wir da wieder mit einer BP-Schraube ran. Und zwar sollen wir dieses komische Teil, was wir jetzt hier rumfliegen haben, in dem Sinne. In welchem Ende auch immer hier. Geht sowieso kein Mensch durch. Sollen wir jetzt hier reinstecken. Und dann mit einer BP-Schraube festschrauben. Klar. Sitz wie Mülleimer, aber sollst du festschrauben. Alles klar. Naja. Gut. Da fragt man sich, wo ist die Qualitätskontrolle? Ja. Da muss doch einer da sein, der sagt, Mensch, ich kontrolliere das mal, ob die Produktion in Ordnung ist, ob die Platinen alle funktionieren, etc. pp. Ja. Ob das überhaupt mit der Spannung alles passt oder ob wir da nicht noch eine Batterie mehr reinmachen müssen. Ja. Dann muss das Batteriefach natürlich größer. Kriegen die nicht hin. Ja. Und ihr seht ja bei Fachette zum Beispiel, ja, Titanic, bisher 1A. Ja. Da bin ich mittlerweile bei Ausgabe 18 und, äh, ja, das sitzt wenigstens. Ja, hier, ne. Da kriegst du nicht mal die Schraube richtig durch, weil du nichts siehst. In dem ganzen Bums hier. Na, das heißt, da kannst du den Scheiß hier erstmal wieder rausziehen. Und hoffen, dass du irgendwie die Schraube wieder eingefädelt kriegst. So. Und dann versuch das mal hier wieder drauf zu kriegen. Na. Wie soll bitte das gehen? Na. Ich meine, ich meine, hätte ich 8 Hände, ja, wäre es vielleicht ein bisschen einfacher, aber so leider nicht. Na ja, ich hab's jetzt so gemacht hier. Also, einfach irgendwie ran. So. Na ja, natürlich nicht ganz fest, sonst, äh, fängt das Kunststoff hier wieder anzuheulen, dass man sie wieder löst. Also, überdreht ist. Na. Na, man kann froh sein, wenn man überhaupt jetzt einmal getroffen hat, dann gut. Ja, also, wie gesagt, Kernschrank, ne? Ähm. Also, wer noch nicht damit angefangen hat, lasst das. Ja. Außer ihr könnt selber, oder habt die Möglichkeiten, selber irgendwas noch zu machen, ähm, genug Platz, etc. pp. Dann ist es okay, gerade wenn ihr eine Ahnung von Elektronik habt, ne? Dann, äh, lohnt sich das. Aber, dafür ist es wirklich zu viel, Leute. Eindeutig. Na. Das habe ich aber auch schon mehrfach jetzt gesagt in etlichen Videos. Und ich denke, damit muss auch dann mal gut sein. So. Jetzt sollen wir das, äh, schwarze Teil hier wieder mit bp schrauben. Hier irgendwie so anbringen, ne? Das soll hier nachher so dran sitzen. Ja. Ob und wann und wie es passt, äh, bleibt abzuwarten, ja? Das ist hier wirklich ein Rätsel. Das rutscht hier alles so, wenn du nicht gleich triffst, alles so hin und her und, ja, du siehst ja nichts, ne? Das geht hier alles nur mit Gefühl und, also, entweder hast du Glück oder du hast kein Glück, dass du hier den auch am Anhieb gleich triffst. Und, äh, ja, jetzt sitzt er. So. Schön vorsichtig ablegen, ja? Das ist klar. Ne? 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 Einen kleinen Datenverlust, weil ich hab' mich so dermaßen da auch wieder aufgeregt, ja? Ähm, 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 also noch schlimmer als jetzt gerade, über Fan Home, ich mein, klar, der Kundenservice ist total freundlich, ja? Da gibt's nichts dran zu tippen, ja? Das holt alles hin, aber, die Qualität, das ist das, ja? Und ich sag' mal, wenn man schon einen Haufen Kohle dafür investiert, kann man auch eine gewisse Qualität erwarten und diese Erwartungen werden hier nicht erfüllt, ja? So, jetzt hab' ich das hier verbunden, und damit ist der ganze Bumms jetzt fertig, ne? So, wird irgendwann noch in die Karre eingebaut, ja? Was wahrscheinlich auch wieder ein Krampf wird, ne? Und, äh, ja, das war's eigentlich dazu, ne? Jetzt hab' ich hier eben BP-Schrauben über, jetzt hab' ich hier, äh, noch ein paar andere kleine Teile übrig, ja? So, ja, alternativ könnt ihr natürlich auch, wenn das hier hält, ne? Könnt ihr das erstmal so machen, aber lieber nicht, ne? Hier könnt ihr das nicht drüber machen, einfach so rumbaumeln lassen und gut ist, ne? Also ihr könnt's natürlich auch hier raufschieben erstmal, ja? Bis zur nächsten Verwendung, und dann ist das auch okay, ne? Am Ende ist eh egal, wie ihr das Ding zusammenbaut, ja? Und wenn ihr daraus einen Toaster baut, ne? Gut, ne, ist wahrscheinlich da auch nicht mehr rauszuholen aus dem Teil, ja? Ähm, ja, es tut mir leid, dass ich so vernichtend darüber berichte, ja? Aber so seht ihr halt nicht nur die schönen Seiten, sondern eben auch, was es für Komplikationen gibt, ja? An welchen Stellen, so, besonders wenn du direkt nach Anleitung vorgehst, ne? Also von wegen, nimm die Schraube und die und nimm das und jenes und das musst du so machen, ja? Und so sieht's dann am Ende auch aus, ne? Man sieht's ja hier an dem, ne? Guckt euch das an hier, krumm und schieft das Teil. Müsste ich normalerweise jetzt wieder nachbestellen, mach ich aber nicht. Weil ich persönlich hab die Schnauze voll von dem Teil. Aber, ich mein, wenn mir einer das wiedergibt, was natürlich in den Sternen steht, ja? Also, utopisch ist, was ich dafür investiert habe bisher, ja? Ich mein, abgesehen von Nerven, ne? Sondern wirklich nur rein, weg hier, ne? Bin ich auch bereit, das so abzugeben. Ja? Eigentlich sollte es in meine KR-Sammlung hier, also Neidreiter-Sammlung, mit aufgenommen werden. Aber, äh, in dem Fall kann ich auch gut und gerne darauf verzichten, ja? Traurig, aber leider wahr. War nicht in das Urteil. Gut, das soll's bis hier gewesen sein. War ja wieder lange noch, ne? Und, äh, vielen Dank an alle, die mich bis hierhin, ähm, ja, begleitet haben, sag ich mal. Ja? Und, die auch verfolgt haben jetzt hier, wie das jetzt hier zustande kommt alles. Und sich die Videos auch reinziehen, sag ich mal, ja? Ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon berichtet hab, aber die Händler-Ausgaben, ne? Die sehen völlig anders aus. Also, so vom Grund-Design sind die gleich. Mal zum Beispiel hier. Statt weiß. Ja? Weiß unterlegte Zahlen? Nein. Habt ihr rote, also rot unterlegt. Ne? Das noch mal eben nebenbei erwähnt. Kleiner Fun-Fact. So, und, ähm, ja, das soll's gewesen sein. Bleibt mir wohl besonnen und, ähm, kauft euch's nicht. Ja? Also, bis dahin und bis zum nächsten Video.